Hallo liebe Fußball-Fans und hallo liebe Fußball-Kids! Aktuell ruht leider der Ball, daher hat der Spielverein in Westen im Urfeld eine tolle Idee, damit ihr weiter am Ball bleibt. Und zwar haben wir kurze Fußball-Videos für euch und in diesen Videos findet ihr tolle Übungen oder auch super Tricks, die ihr nachmachen könnt. Und das Beste ist, dass einige Spieler der ersten Mannschaft euch herausfordern. Und wie das funktioniert, was ihr dafür machen müsst und wie das ausschaut, das seht ihr in diesen Fußball-Clips. In diesem Sinne viel Spaß, vor allem bleibt gesund, bis dann!